hallo und willkommen zurück zu let's play remember me und wir starten wie sollte es anders sein mit einer kleinen lesestunde wir haben nämlich noch zwei nensist erinnerungen offen nein nein die philosophie von charles cartier hatten wir schon hier haben wir die letzte folge gemacht wem das vorgelesen hier nicht passt genau das sind die beiden der kann natürlich gerne vorspulen durchklicken im video bis dann halt wieder gezockt wird aber es gehört einfach zur geschichte mit dazu ich möchte es mitnehmen auch für mich selber und ja wie gesagt nicht passt der klickt halt vor reminit szene zugriffe 412 304 87.066 erinnern sich daran und 325.238 haben es vergessen es haben immer mehr leute vergessen als sich daran erinnert ist schon komisch ne naja freigegeben am 20 mai 2082 so ein bisschen länger ist ja die reminit szene ist eine technik die zur virtuellen projektion eines digitalisierten erinnerungsfragments mittels erweiterter realität verwendet wird die erinnerung wird in derselben größe und geschwindigkeit an ort und stelle abgespielt das kennen wir ja die reminit szene kennen wir die reminit szene technologie wurde zunächst von der saber einheit entwickelt um durch den zugriff auf die erinnerungen von augenzeugen oder verdächtigen bestimmte tatorte rekonstruieren zu können die digitale erinnerung wird zu bildern konvertiert die direkt in den sensen des benutzers als 3d rekonstruktion des ereignisses projiziert und dann vor seinen augen abgespielt wird also sowas wie ein hologramm es war während der ganzberg affäre der berühmte bildhauer und seine familie wurden in ihrem anwesen in der neu was belville komfortburg ermordet als die forschung an der virtuellen projektion einer erinnerung begann auf antrag des anklägers und ungeachtet öffentliche proteste von verwandten und zahlreichen religiösen anführern wurde die digitalisierte erinnerung der vier opfer in den sensern eingespielt um ihre letzten eindrücke zu kopieren die ermittler dieses falls führten eine manipulierte projektion der letzten momente eines jeden opfers im haus durch und konnten so herausfinden dass die mutter ihre drei kinder und ihren ehemann getötet hatte bevor sie sich selbst richtete von diesem erfolg angesporter entschied sich die kriminelle kriminalistische abteilung der sabereinheit diese technologie systematisch einzuführen und entwickelte das protokoll das als reminit szene bekannt wurde und die neuesten versionen dieses programm können nun auch ton wiedergeben es wurde zwar von fällen der illegalen benutzung von reminit szene außerhalb polizeilicher untersuchungen berichtet dies wurde aber nie durch eine unabhängige quelle belegt oder bestätigt ja wir haben da jetzt zugriff drauf av 78 oder av 78 naja hohen von jerry cho oder jerry co zugriffe 72485 276 1422 erinnern sich daran und 426 1063 haben es vergessen die datei wurde am 18 18 februar 2078 freigegeben mal gucken einmal kurz durch scrollen hier ist auch hier ein bisschen ok an der av 78 hohen von jerry co das flagschiff der afram hash labore ja ok hash ok ist ein vielseitiger und ausgesprochen robuster öffentlicher sicherheitsroboter der regelmäßig von saber agenten beider überwachungs und strafverfolgungseinsätzen verwendet wird ach gegen ihn haben ja gerade gekämpft ok in situationen schwerer öffentlicher unruhen unterstützt sein taktischer einsatz die bekämpfung von aufständen und die durchführung von razzieren der av 78 hohen von jerry co besser bekannt als zorn ist ein multifunktionaler kampfroboter der für die öffentliche sicherheit in auftrag gegeben wurde und der feindliche ziele neutralisieren oder ausschalten soll als überwachungsgerät für strafverfolgungsbehörden zeichnet sich der horn durch seine stärke vielseitigkeit und einen hohen grad an autonomie aus er hat zudem die fähigkeit selbstständig entscheidungen zu treffen was ihn zu einem ausgezeichneten bodyguard wachpost oder kopfgeldjäger macht der av 78 wurde entwickelt um in dicht bevölkerten stadtgebieten zu operieren und so die sicherheit von gebäuden und menschen zu gewährleisten seine angriffstechniken sind daher so programmiert dass sie das risiko von kollateralschäden und verletzungen an einem jeden bürger innerhalb seines interventionsradius minimieren seine taktische programmierung ist auf den direkten kampf ausgerichtet im einsatz erlaubt die solide rüstung des zorns kämpfe auf engsten raum durch seine größe und kraft kann er jeden gegner geschickt außer gefecht setzen die vollstrecker der cyber einheit werden von den av 78 oft zu überwachungszwecken zorn sind in situationen ziviler unruhen und besonders bei aufständen terroristischen bedrohungen und schweren zwischenfällen von nutzen obwohl der av 78 horn von jerry cohn nicht für einsätze auf dem gefächtsfeld gedacht ist kann er sich in ausreichender menge eingesetzt werden menge eingesetzt als sehr effektiv gegen schwer gepanzerte feinde erweisen um ernste bedrohungen abzuwenden oder repressive maßnahmen die zu heikel oder zu gefährlich für menschen sind durchzuführen ok im grunde ist hier die kampfeinheit beschrieben ja mehr haben wir auch nicht diesmal nicht so lange gelesen nur fünf minuten text war nicht so lang die basti wartungsarbeit nicht schön achtung im bau ok keep out ne ich will da ich will da jetzt rein gefahr drohnen bei der arbeit ok keine ahnung ob das für uns gefährlich werden könnte wir können unsere dinge auch nicht nutzen du holst mich da raus und nun willst du dass ich mich wieder reinschleiche die erroristen bewegung zählt auf dich nillen hack dich in diese server und befreie ihre gestohlenen gedächtnisse und dein eigenes so steigen wir aus der asche und schlagen zurück ja in phoenix ok an der 007 gibt es noch was zu holen beziehungsweise an der 007 nicht an der 007 drohnen und diesmal keine reminiscene die hilft das hätte ich mal vorher wissen drohnen und diesmal keine reminiscene die hilft was können wir denn jetzt machen durchlaufen bringt ja nichts kämpfen und ausweichen funktioniert auch nicht drohnen und diesmal keine reminiscene die hilft was hier die 07 irgendwo und diesmal keine reminiscene die hilft da ist die 07 ach da liegt das ding genau da will ich ja jetzt hin weil ich das teil gerne noch haben möchte so focus boost 4 von 5 dann wären die jetzt auch fast komplett ok irgendwo ok irgendwo ok 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 dreck da stand ne turbine soll mal einer wissen dass das hier licht macht weißt Was ist das? So, die macht die Hoshis hier auch sichtbar, die uns nicht waren. Zum Glück bekommen wir hier mit unserer einfachen Kombo halt jedes Mal wieder Lebensenergie dazu. Hallo? So. Au. Sackgesicht. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Was stimmt da? Können wir so jetzt irgendwie noch nicht lesen? Ach, du bescheuert. Wo? Oder, nee, runter, ne? Eine durch Lieber zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch, das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Drohnenerfassung. Ein Sensen-Plugin erlaubt es Ihnen, in das Sichtfeld von Drohnen zu sehen. Gott sei Dank. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Na ja, praktisch ist relativ, glaube ich, ne? Ne, aber was jetzt? Ach so. Hab ich nicht gesehen. Hier, Heilung. Wir brauchen Milchvieh. Ja, das sind die Fängerdrohnen. Das ist aber flott, ne? Okay, irgendwo am roten Ding. Ich hoffe, wir stehen hier sicher. Alter, wie kacke. Ich hasse solch subtiles Vorgehen immer irgendwie. Ich meine, klar, es ist cool, reinschleichen und alles, aber auf der anderen Seite... Ah. ...Fellandocken läuft. Der Geruch, der Lärm, das macht mich fertig. Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden. Also wieder in den Saat steigen. Ähm... Das Ding muss... Oh. Hier hinten irgendwo liegen? ...Fellandocken läuft. Glaube ich. Also hier muss es eigentlich irgendwo sein. ...Fellandocken läuft. Ach hier, okay. Setpatch. Fellandocken läuft. Damit hätten wir vier von fünf und bekommen fast, oder bald wieder einen Container dazu. Fellandocken läuft. Fellandocken läuft. Okay. Oh. Was hier? Was ist das? Fellandocken läuft. Fellandocken läuft. Fellandocken läuft. Nee, wir gucken. Ach, wir müssen zwei machen. Okay. Ähm. Na gut. Fellandocken läuft. Die machen wir gleich. Ich will hier nochmal einmal. Okay. Niemand auf einem anderen Schwierigkeitsgrad hätte da vielleicht noch was gelegen oder so. Oder jetzt nochmal ein Medipack oder so. Keine Ahnung. Diese Zelle. Irgendwie erinnert sie mich an. Was ist wirkliches? Oh. Ich kenne diesen Ort. So hoffnungslos. Als ob man nie weg könnte. Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie? Wie tief bin ich gefallen? Herr Schwester. Nillen. Dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. Ja, durchs Gefängnis schleichen wir uns aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Bleibt dran. Und bis dahin. Tschüssi. 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 Vielen Dank.